So, jetzt Doppelwhopper. Ja. Ok, zurück. 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 So. Papagei? Oh, hier ist was am Stuhl. Da unten. Ok. Eine Kuriosität. Verschlissene Filmklappe. Ja. Ja. Wenn... Ja, da hat die Maschine anzickelt. Oh. Ich vorführe Maschine. Mhm. Sie kümmern sich wirklich aufopferungsvoll um ihre Geräte. Oder, Mr. Rowlands? Die glänzen ja richtig. Natürlich tue ich das. Äh, ne, wie habe ich den jetzt gerade noch? Natürlich tue ich das. Es ist entscheidend, dass die Ausrüstung hier rund um die Uhr perfekt funktioniert. Das umfasst natürlich auch die Charlotte-Schwestern. Die Charlotte-Schwestern? Oder Charlotte-Schwestern, ja. Sind das ihre Assistentinnen? Äh, ich glaube, Mist, das sind die Namen der Filmrollen. Oh. Jetzt verstehe ich es. Charlotte ist aber eigentlich ein guter Name für eine Filmrolle. Findest du? Also mir erschließt sich das überhaupt nicht. Hm. Ich hoffe ich. Hm. Da ist eine Schwier. Bei der nächsten ist auch nochmal ein Gespräch. Ok. Plopp. Das ist also, ähm, Albertina, stimmt's? Nein, nein. Das ist Rosalinda. Albertina steht daneben. Oh. Ich bitte um Verzeihung. Schauen Sie mal. Man kann es ganz leicht erkennen. Albertina hat die wunderschönen Kurven. Rosalinda, die glänzende Haut. Irre. Vollkommen irre. Natürlich hört Albertina nicht immer auf das, was man ihr sagt. Aber das ist nur Teil ihres Charmes. Ist das so? Ich, ich verstehe. Hinweismünze. Hinweismünze. Hä? Hier sind aber ziemlich viele Filmrollen. Sieht ganz so aus, als hätte man sie weggeschmissen. Oh. Und da. Das könnten ja berühmte Filme der Vergangenheit sein. Was für ein Schatz. Das sieht schon, äh, mehr wie, äh, dein Schreibtisch aus, Cat. Ein Schubs und der ganze Turm stürzt ein. Ich hab ein Rätsel. Wo? Hast du irgendwo noch eine? Also einmal eine Lampe war eine. Ja, hier. Die hatte ich. Rechts, rechts, rechts. Ja, ist ja. In der Regal da. Und das ist die Schublade, genau. Okay. Und das ist die Schublade. Ja, so wie meine Let's Plays. Ja. Und oben, 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 da. Ja. Ein Rätsel, das wieder nicht lösbar ist. Wahrscheinlich. Ah, eine Dachluke. Das sollte man sich genauer ansehen. Hast du etwas gefunden, Ernst? Ich wusste es doch. Da drin ist ein Rätsel versteckt. Miss, schau. Ja, Durian Bell. Die verschlossene Tür. Mhm. Das ist gut. Die letzte Tür im Herzen der Ruinen wartet stumm darauf, von interessanten, interessierten Vorschern geöffnet zu werden. Kannst du die Tür öffnen? Hm. Genau. Kannst du die Tür öffnen? Ah! Was? Zufall, oder? Nein, ich hab's nicht. Ach so. Was war dann das A? Ich hab's versucht. Mit nem Ton oder so. Hm. Oh. Hm? Das wär gemein. Ich hab aber ne Idee und ich glaube, damit wird es bei mir nicht funktionieren. Wieso? Ich glaube, man muss es zuklappen. Und wenn es jetzt stimmt, dann krieg ich den Punkt. Okay, wenn das stimmt, kriegst du den Punkt, aber... Weil ich kann's ja nicht jetzt zuklappen. Ja, aber wie? Ah, dann müssen wir hier einen Stopp machen dann und dann das... Ja. Gut, du kriegst den Punkt. Wenn's klappt. Okay. Verdammt. Gott. Ich hab's jetzt gedacht, weil das wär das, was mir am ehesten eingefallen wäre. Hm. Die Tür möchte geöffnet werden und man muss drücken. Stille Tür. Was heißt sie so? Eine versiegete Tür im Herzen der Uin wartet stumm darauf, von interessierten Forschern geöffnet zu werden. Sesam, öffne dich! Deswegen hab ich halt irgendwie versucht, einen Ton zu machen. Hm. Ich nehm mal einen. Ich nehm mal eine Inweißmünze. Ja. Steht irgendwo geschrieben, wie man's öffnet. Noch einen? Nein, warte. Okay. Ich drücke immer weiter und öffne die Tür. Kann ja nicht sein, dass man jetzt immer nur drücken muss. Muss doch irgendein. Ich glaub, das geht anders. Also, das wär ja wie Klopfen. Deswegen hab ich auch schon mal versucht. Ich nehm noch einen Hinweis. Ja, ich möchte auch nicht meinen Bildschirm kaputt machen daran. Ich drücke immer weiter und öffne die Tür. Hm. Ich drücke immer weiter. Ich drücke immer weiter. Aber hier steht ja nirgends immer weiter. Ja, noch einen Tipp. Ach, geht nicht auf, auf die Tür zu drücken? Krass, sieht jetzt aus, wenn es irgendwie nen Timer hat, von wegen... Ey, das ist doch nicht wahr. Ah, ah, es hat keinen Timer. Der letzte Tipp hat's doch gesagt. Höre nicht auf, auf die Tür zu drücken. Ja. Du sollst nicht aufhören, auf die Tür zu drücken. Höre nicht auf, auf die Tür zu drücken, ja. Ich hab doch auf die Tür gedrückt. Du drückst immer wieder auf die Tür. Ist es sowas wie, mache, tue nichts, was sie tun? Nein, nicht ganz. Aber du musst weniger häufig drücken. Du hast wieder aufgehört. Du hast wieder aufgehört. Du hast wieder aufgehört. Ganz viel. Du hast schon... Du hörst jedes Mal wieder auf. Ich... Das ist echt ein Scheißrätsel, ja. Das ist doof. So, jetzt ist die Frage. Du hast gewonnen. Okay. Das war ja wirklich... Ja, an sich. Moment mal, ist es dann jetzt nicht für 15, 14? Ja. Oh. Aber ich fand meine Idee auch gut mit dem Zugklappen und dass es dann sich... Ja. Wegen dem Auge über der Tür. Ich sag mal, wär's das gewesen, hättest du auf jeden Fall... Wegen dem Auge über der Tür. Ja. Aber ich... Aber trotzdem, das ist ja jetzt... Also manche von den Rätseln sind echt... Hm. Ja. Gut gedrückt ist ganz gewonnen. Die versiegelte Tür ist offen. Sie hat ohne größeren Widerstand ihre Rolle als Hüterin des Schatzes aufgegeben. Wow. Die hat sich jetzt doof gefunden. Hm. Ah, reife Leistung, Miss. Das war ein inspirierender Anblick. Das Rize ist gelöst, aber es ist nach wie vor ein Geheimnis, was sich hinter der Luke befindet. Hä, hinter diesem Luke? Nichts, was sie tun. Ja, genau. Gucken wir mal rüber. Oh! Genau zwei Stunden durch. Wanns dann erst mal? Ja. Wir haben nämlich auch nicht ewig Zeit heute. Genau. Okay, dann speichern. 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 Außerdem habe ich schon Hunger. Es tut mir sehr leid, sie auch. Aber das ist in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Aufnahme kriege ich es hin. Na eben. Dann zieht sie wieder an mir vorbei. Ja. Auf jeden Fall. Das war auch nur meines Erzähl. Ja. Wir haben eine Kuriosität, die wir jetzt... Ja. Die Filmrolle. Aber wir haben zwei verpasst. Oh. Mist. Tja, wir haben nur diese verschlissene Filmklappe. Hm. Ähm. Ja, die werden ja nicht angezeigt irgendwie in den anderen Dingern. Aber wir wissen, es ist in dem letzten... Wollen wir die noch finden oder was? Ne, ist nicht so richtig. Können wir irgendwann mal. Ja. Okay. Okay. Jo, dann... Tschüssi. Klappe ich mal zu und packe ein. Und äh... Ich hoffe, es kommt dann bald... Oder ich hoffe, der nächste Monat geht schnell rum, damit wir dann bald die Originalversion haben. Ja. Hm. Also dann, ähm... Tschüss. Ciao.